Ja, wenn ihr in der Lifestyle Studium Academy eingeloggt seid und hier auf eurem Dashboard seid, dann habt ihr natürlich, wenn ihr neu hier seid und noch kein Produkt bei mir geholt habt und ihr habt euch so registriert, dann habt ihr hier unten bei Erwarbene Kurse nur hier dieses Freebie-Modul. Das heißt, alle anderen Kurse stehen hier unten bei der Rubrik Andere Kurse. Die kann man sich erwerben, wenn man möchte. Wenn ihr noch absolut keinen habt, dann habt ihr nur Zugriff auf dieses Freebie-Modul. Und genau dieses Freebie-Modul, das ist kostenfrei für jeden, ist freigeschalten, deswegen steht hier auch frei. Das möchte ich euch jetzt genauer zeigen und erklären. Das wird praktisch wie ein Kurs gehandhabt und den könnt ihr anklicken und dann kommt ihr in dieses Modul rein und das Ganze sieht dann so aus. Ihr findet hier oben einmal der Name, wie dieses ganze Modul heißt. In dem Fall habe ich es Photoshop Tutorials Freebies genannt. Ein kurzer, kleiner Informationstext dazu, um was es hier geht. Und dann habe ich hier auch nochmal extra noch meine E-Mail-Adresse hier mit drunter geschrieben. Falls ihr Wünschen, Fragen zu den Freebies habt oder so, könnt ihr jederzeit mich kontaktieren per E-Mail. Und die findet ihr dann direkt hier. Hier rechts in diesem Kasten findet ihr ein paar Infos zu diesem Modul, zu diesen Tutorials oder zu diesen Trainings. Einmal die Kategorie, Videotraining, Photoshop, um was es in diesem Modul geht. Dann die Kurslänge. Also der gesamte Kurs besteht aus vier Modulen. Das seht ihr hier unter dem Punkt Module. Das sind vier Module. Und die gesamte Spielzeit, Lauflänge aktuell dieser Freebie-Fraktion sind vier Stunden. Also die Videos, die hier hinterlegt sind, haben eine Spielzeit von vier Stunden. Das muss ich natürlich immer wieder mal anpassen, wenn hier neue Dinge dazukommen. Es kann sein, wie gesagt, das ist die Freebiesparte hier, wo jeder Zugriff drauf hat. Da kann es sein, dass mit der Zeit dann mal wieder ein neues Modul dazukommt. Aktuell sind vier Module drin. Irgendwann sind es dann vielleicht mal fünf oder sechs Module. Weil ich das auch immer wieder mal erweitere, wenn es neue Dinge gibt. Neue Freebies. Einige dieser Freebies hier, die kennt ihr vielleicht bereits, weil ihr euch die schon über meinen Newsletter runtergeladen habt. Oder über Facebook, weil ich mal eine Aktion auf Facebook gestartet habe, wo ich was verschenkt habe. Ich habe die hier jetzt einfach auch mit reingepackt, hier bei der Lifestyle Shootings Academy, dass ihr hier diese Freebies gesammelt auf einem Platz habt. Weil da habt ihr einfach, ja, der Weg, das Ganze anzuschauen und zu lernen anzuschauen, ist einfach hier über diese Plattform viel, viel einfacher. Und ihr müsst euch nicht immer auf eurer Festplatte zu Tode suchen. Wo habe ich denn die ganzen Sachen nochmal hingeschweiert? Was habe ich denn jetzt schon angeguckt? Was muss ich noch angucken? Ach so, bleiben wir gerade hier. Dann steht natürlich hier unter Preis noch, was diese Trainingseinheit kostet. In dem Fall steht hier natürlich frei, weil es ein Freebie ist. Deswegen ist der Zugang auch für jeden freigeschalten. Und dann gibt es hier natürlich auch noch einen Schwierigkeitsgrad, wo ich euch mitteilen kann, für wen das geeignet ist. Also ist es jetzt absolut für Anfänger oder wird es schon komplizierter und es geht eher in die fortgeschrittene Rubrik. Meistens ist es immer so, dass Anfänger schräg schräg Fortgeschrittene dort steht, da ich immer versuche, das auch für Anfänger recht gut zu erklären. Aber wenn es wirklich mal etwas schwieriger, komplizierter wird, also nach dem kann man sich ungefähr richten. Genau, das sind die Freebies. Und wie gesagt, jedes Training ist immer in einzelnen Module aufgeteilt und in den Modulen gibt es einzelne Lektionen. Aber dazu mache ich noch ein separates Video, wie das Ganze funktioniert. Ich möchte euch jetzt einfach mal kurz ein bisschen den Inhalt der Module zeigen, was hier jetzt eigentlich schon alles frei für euch zur Verfügung steht. Also im Modul 1, das ist einmal das White Wall Tutorial. Der ein oder andere kennt es vielleicht von euch. Und zwar zeige ich euch, wie man da so ein klassisches High Key Portrait bearbeitet. Das ist ein Photoshop Tutorial. Das habe ich bei der Osteraktion auf Facebook verschenkt. Wenn man hier reingeht, dann kann man sich das Video, das geht 30 Minuten, knappe 30 Minuten, dann kann man sich das hier anschauen. Und das Ganze habe ich White Wall Tutorial genannt. Genau, da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Hier kommt ihr wieder zurück zur Modulübersicht. Dann ein weiterer Teil, hier in der Freebie-Rektion, 13 Photoshop-Tipps und Hacks. Das kennt ihr vielleicht. Die habe ich nämlich auch vor kurzem mal auf Facebook verschenkt. Das ist ein Video oder besteht aus 13 Tutorials. Insgesamt ist es eine Spielzeit von einer Stunde ungefähr. Genau. Das sind 13 Photoshop-Tipps und Hacks für euch. Und die habe ich hier auch mit reingepackt. Sehr viele haben sich das runtergeladen von euch. Und hier findet ihr einfach das Ganze auch nochmal. Wenn ihr euch das Video runtergeladen habt, dann sind diese 13 Tipps alle komplett in einem Video drin. Und der Vorteil hier jetzt, ihr seht hier die einzelnen Kapitel und könnt gezielt euch das anschauen, was euch interessiert. Und da ist es einfach ein bisschen gegliedert und aufgeteilt. Und könnt ihr direkt das anklicken, was euch interessiert, wenn ihr vielleicht von den 13 Hacks nur drei Stück anschauen wollt, weil euch die anderen nicht interessieren oder so. Oder ihr fangt wirklich bei 1 an und geht durch. Das ist auch das Tolle. Übrigens, diese Funktionen hier, Lektion abgeschlossen und was das hier alles bedeutet, das erkläre ich euch in einem separaten Video, wo es wirklich um die Module und die Lektionen geht und wie man damit arbeitet, wie das Ganze funktioniert. Hier möchte ich mich jetzt wirklich drauf konzentrieren, euch nur die Freebies mal zu zeigen. Gehen wir direkt weiter zum nächsten Freebie. Arbeiten mit Crunch-Texturen. Das kennt vielleicht einige. Das sind sieben Lektionen hier, also sechs Videos. Und Nummer sieben ist einfach nur ein Download. Und zwar könnt ihr euch Crunch-Texturen runterladen, kostenlos als Freebie. Das ist hier unter Punkt sieben. Das steht hier auch drin, Texturen-Download. Und passend dazu gibt es sechs Begleitvideos. Einige haben das auch von euch vielleicht schon. Das ist nämlich eine E-Mail-Aktion von mir. Diese sechs Videos hat man nämlich wöchentlich per E-Mail bekommen von mir. Und das ist jetzt auch eine Option hier in meinem Mitgliederbereich. Da habe ich das auch mit reingepackt. Das heißt, ihr habt hier Zugriff auf die sechs Videos, wo ich euch ein bisschen was über Texturen erzähle und eben auch hier der Download-Link zu den Texturen. Ja, dieses Freebie habe ich euch auch reingepackt. Und dann ist natürlich noch das Photoshop-Retouche-Video Dark Beauty. Das gab es auch auf meiner Freebie-Seite zum runterladen oder gibt es immer noch. Das ist hier natürlich auch drin. Oh, ich sehe gerade. Hier steht nämlich noch in Arbeit, weil ich da gerade dabei bin, das hier reinzupacken. Also, wenn ihr da jetzt reinschauen werdet, dann werdet ihr hier bei Punkt 1 das Video finden und bei Lektion 2 gibt es passend zum Video noch eine Photoshop-Aktion und ein Preset zum runterladen. Wenn man da draufklickt, dann steht nämlich hier auch drauf, hier kannst du dir die Photoshop-Aktion und das Preset herunterladen und dann ist hier ein Download-Link hinterlegt. Genau. Also, das habe ich euch hier auch reingepackt. Das sind so aktuell mal die Freebies, die ihr im Mitgliederbereich bei der Lifestyle-Shootings-Academy findet, auf die jeder Zugriff hat, der sich anmeldet und der Mitglied sein möchte. Ich freue mich natürlich über jede Anmeldung bei der Lifestyle-Shootings-Academy und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte, dass wir hier eine tolle Community bekommen, Leute, die sich gerne mit Photoshop, Lightroom oder einfach allgemein mit dem Thema Fotografie beschäftigen, Mir geht es nicht darum, hier Mitglieder ohne Ende zu sammeln, dass ich nachher, was weiß ich, wie viele Tausende Mitglieder habe. Nein, wenn ich nur 10 Mitglieder habe, das reicht mir dann vollkommen oder vielleicht nur 20 Stück. Mir ist es wichtig, dass es die richtigen Leute sind, die da wirklich auch Bock drauf haben, ja. Weil das wirklich ein Herzensprojekt von mir ist. Also darum geht es. Es geht nicht darum, hier massig Leute zu sammeln. Das ist nicht der Fall, denn es soll wirklich ein exklusiver Mitgliederbereich sein für meine treuen Fans und Kunden und die einfach sagen, hey, die Natascha macht coole Sachen, da folge ich gerne ihre Videos und so gucke ich gerne und dafür ist das Ganze gedacht. Ja, das waren die Freebies. Die wollte ich euch unbedingt mal ein bisschen vorstellen, weil ich mich einfach dazu entschlossen habe, dass ich auch hier so eine kleine Freebie-Lektion oder halt eben für euch mit reinpacke, die ich immer wieder erweitern kann. Also die kann ich jederzeit hier vollkommen erweitern und immer mal wieder was Neues für euch reinstellen. Und das Schöne ist, das ist dann wirklich exklusiv für die Mitglieder. Das heißt, ja, jemand, wo hier nicht dabei ist, hat dann auch keinen Zugriff drauf. Das ist einfach so ein kleines Dankeschön von mir an euch. Das ist einfach so ein kleines Dankeschön.